Hallo Stefan, weißt du eigentlich, dass wir das erste Schwarz oder Rot aller Zeiten mit dir gemacht haben? Ja, weiß ich, kann mich noch dran erinnern. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Hast du Lust auf noch eine Runde? Ja klar, kommt mit. Ich habe hier sowieso noch eine kleine Arbeit. Dann kommt mal mit. Hi, Servus. Also können wir starten? Können starten. Okay, erste Frage. Online oder im Shop? Im Shop. Schwarz oder Rot? Rot. Europa League oder Champions League? Champions League, ganz klar. Sommerpäuschen oder Sommerpleutzchen? Sommerpäuschen. Vorbereitung oder Saisonstart? Saisonstart. Vorbereitung, puh, sage ich euch. Das ist immer anstrengend. Pulsuhr oder Laktat-Test? Keines von beiden. Selber laufen oder laufen lassen? Ich laufe gerne selber. Ich war ein sehr laufintensiver Spieler und am Ende hat es ein bisschen gehakt. Referent oder Rentner? Referent. 9 to 5 oder 2 mal 45? 2 mal 45. Meetings oder Mail? Beides. Beides. Heutzutage ist eine Mail auch sehr gut. Telefonieren oder WhatsApp? WhatsApp. Einfach machen oder sauber planen? Ihr habt euch immer Fragen ausgedacht. Beides. Manchmal muss man auch einfach machen, aber oft ist es wichtig, gut zu planen. Senf oder Ketchup? Mayo. Medientermine oder Vertragsgespräche? Vertragsgespräche. Vertragsgespräche. Zu früh kommen oder gerade noch rechtzeitig? Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch. Alte Herren oder Traditionsmannschaft? Passiv oder aktiv? Aktiv, wenn es mit der Hüfte hinhaut. Golf oder Tennis? Golf. Golf oder Porsche? Fangfrage oder wie? Porsche. Flugkopfball oder Fallrückzieher? Flugkopfball, Fallrückzieher, da war ich nicht so gelenkig für. Tribüne oder Kurve? Ja, ganz klar natürlich die Kurve, wobei man das Spiel dann ein bisschen besser auf der Tribüne betrachten kann. Stracciatella oder Haselnuss? Spaghetti-Eis. Fünf Punkte oder drei Streifen? Fünf Punkte. Diagonal oder Querstreifen? Diagonal. Slimfit oder großzügig geschnitten? Slimfit. Torschützenkönig oder der Derbysieger? Torschützenkönig oder der Derbysieger? Wir haben es getan und wir sind jetzt stolz darauf, es präsentieren zu können. Stefan, vielen Dank. Danke auch. Weißt du, dass du beim allerersten Mal auch dich für den Flughafball entschieden hast? Ja klar, weil ich mich nicht bewegen kann beim Fallrückzieher. Genau das hast du damals auch gesagt. Das ist ein bisschen nicht der Typ, ja. Ja.